Guck dir an, wie schade du bist, Junge! Du bist eine Schande für dieses Spiel! Leicht das Game! Gefinished gehörst du auf Lebenszeit, Alter! Gewandt dafür, dass du so unglaublich schlecht bist, Digga! Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tage. Mit dabei ist heute ein fast genauso wunderschöner Mensch. Ähm, ich bin am Start und Felix hab' ich auch dabei. Hi! Verstehst du? Hallo mein Ganges! Hallo, hallo, hallo! Das ist ein krasser Witz gewesen, oder? Deine Stimme ist so in meinem Ohr. Alter, ist es schrecklich, oder? Es ist einfach nur anstrengend, es ist einfach nur anstrengend. Leute, wir spielen heute mal ausnahmsweise mit John Wick, weil ich noch nie eine Runde mit dem gespielt hab' Wir können natürlich auch den Raben spielen, Leute, aber ich hab' Bock auf John Wick mit dem Raben-Rucksack. Ja, ich hab' jetzt geändert. Oh, jetzt hab' ich gar keinen Skin mehr. Oh, weia! So, jetzt. So, jetzt bin ich John Wick. Toll! Komm' mal, komm' mal jetzt! Oh! He got them moves! Yeah, boy! Okay, warte, dann nehmen wir aber noch einen anderen Gleiter. Oh, ne, jetzt hab' ich's vergessen. Ist egal, ist egal, ist egal. Felix, wie risikobereit bist du als professioneller Fortnite-Spieler? Ähm, also professioneller Fortnite-Spieler empfehle ich auf jeden Fall Tilted droppen. Okay. Und die Challenge ist, keine Waffen benutzen. Äh, Felix, ich glaub' nicht, dass das so ne gute Idee ist, weil in Tilted sind ne Menge Leute und ohne Waffen ist das keine gute Idee. Okay, wir können's ja mal mit Waffen. Aber außer gegen den Mainstream schon. Nicht jeder kann die Waffen benutzen. Ja, wir können's ja mit Waffen in Tilted versuchen. Was hältst du davon? Na, okay, okay. Vielleicht ist das, also... Oh mein Gott, sieht John Wick mit diesem Rucksack cool aus, Leute. Ich find, Rucksacks sind unnötig. Ja, weil, was machen die? Weil wir spielen hier nicht PUBG und das bringt keinen extra in den Task. Ja, aber es sieht einfach geil aus und außerdem ist es cool zum Flexen. Nein, sieht scheiße aus. Oh, Alter. Hör mal auf. Es sollte drei verschiedene Arten von Gleitern zum Beispiel geben. Also es auch für kostenlose welche gibt, damit jeder so seine gleichen Chancen hat. Aber wär auch voll geil, wenn dann irgendeiner weiter fliegen kann und irgendeiner kann, äh... Oh, du meinst... Ah, du meinst, dass man quasi nochmal ganz andere Arten hat. Also nicht nur das Aussehen, sondern wirklich komplett verschiedene Eigenschaften des Gleiters. Ja, das find ich gar nicht so dumm, Felix. So, Schätze, ich geh mal von oben rein, du von unten, ne? Mhm. Tag Team, du weißt... Oh, ich hab schon von unten, ich werd unten abgeschossen. Wo denn? Äh, beim Eingang kaputt reingelaufen. Warte. Ich beerd' mich mit einem Schuss. Ich muss jetzt mal in zwei Stück. Also... Junge... Wie hat er mich mit einem Schuss gedauert? Ich hatte 150. Er hat doch einen Raketenwerfer. Er hat einen Raketenwerfer und kriegt einen Shotgun-Schuss und hat 20 HP. Ja! Klasse! Gut, pass auf. Wir gucken jetzt mal bei unserem Parkhaus. Vielleicht landen wir auch einfach mal auf dem großen Haus in der Mitte. Da sieht ja das Backsteinhaus. Je nachdem, was jetzt an Waffen liegt. Und je nachdem, wie viele Leute sich da jetzt aufhalten. Guck mal, ob ich da draufkomme. Das Backsteinhaus? Ja. Da bin ich jetzt drauf. Nicht zu spät für irgendwelche... Da komm ich nicht mal hin. Da komm ich nicht mal hin. Ich geh da unten. Nein! Alles gut. Kleiner Backseid, Alter. Bei dir. Über 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 dir. Jetzt geht's los, Team. Okay. Okay. Hier ist ein Automat, Digga. Was hat der? Komm. Irgendwas anständiges? Stahl. Hab ich keinen. Holz. Hab ich keinen. Egal. Wir können uns mal das blaue Haus einfach angucken. Auf Verdacht hin, okay? Wir machen jetzt Zugriff, Felix. Okay. Müssen wir jetzt machen. Er ist oben an der Kiste. Komm. Ich hab ihn richtig gut gegeben. Oh. Goddammit. Komm schon, das schaffst du. Yes. Nice, nice. Wir haben Instant down. Komm mal, krieg mal hier rein, bitte, Felix. Beeil dich mal. Digga. Mit der Pistole hab ich's ihn geholt, Alter. Ja, sehr gut. Okay, ich nehme mal hier die Auto-Shotgun und alles von ihm, ja? Und auch das Medipack, wenn ich darf, weil ich hab 9 HP und du hast 30 immerhin. Ja. Geht doch, Dicker. Deine unten? Ja? Oh, geil. Eine Ska für mich. Felix, komm mal her für dich. Ich hab was für dich, was dir gefallen könnte. Zwei Sachen, die dich sehr glücklich stürzen könnten. Was? Eine Ska? Nee, komm mal her, aber trotzdem was ganz Gutes. Jo. Hinten sind Tränke. Nimmst du mit? Äh, nee. Verbände. Wie sehr, wie sehr, wie sehr kann man einfach heute Page haben, Leute? Was ist das? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach an dir liegt. Es tut mir leid. Ja, danke doch. Komm noch gegenüber, L-House. Da wird gefightet. Du musst hier irgendwo sitzen, das ist auch jeder als einer. Hast du ihn gesehen? Bei mir, bei mir, Felix, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nein, der finn ich mich natürlich. ALTER SCH! OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Hier wurde ich auf. Okay, Felix, pass auf. Ich hab ne ganz löde Frage an dich. Ja. Wann machst du Kills? Ja. Schon wieder tilted, muss das sein? Er hat unten hin, wie er landet, aber er hat keine Öffnung. Kriegen wir die Shotgun? Ja, gönn dir, gönn dir. Sehr gut, Felix, sehr schön. Ja, normal. Oh, geil. Sehr willkommen, goldene Shotgun. Ja, rechts von mir. Spieler. Hinter dir, hinter die andere Seite, andere Seite. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Sehr schön, Felix. Sehr gut, Digga, sehr gut. Beim Big Ben ist ein Spieler gewesen. Baut sich jemand hoch, glaube ich, zu uns, Felix, oder? Die ist gerade nicht. 200. Hab ich ihn genockt? Sehr gut. Okay, sein Mate kommt jetzt, wenn wir wieder hochziehen. Wir könnten jetzt pushen, theoretisch, wenn du willst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann sind wir beide down. Sehr schön, Felix, sehr schön. F*** meinen Arsch. Ich bin durch die Falle gelaufen. Du musst schnell hier kommen. Lauf nicht in die Falle rein. Lauf nicht in die Falle rein, okay? Irgendwann er baut sich bei mir. Beeil dich. Wo ist die Falle? Hier? Nein, 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 nicht da durchlaufen. Komm her. Hier. Wenn irgendwas Sniper mäßig ist, das ich nehme auf jeden Fall. Diem gerne. Schüss auf uns. Oh, auf dem Dach, wo wir waren. Ey, das kann doch nicht sein. Wenn du mich hier schnell hochziehst, schaffst du's. Wenn du mich hier einbaust, hier liegt ein Skar für links, für dich. Oh nein, Granat. Zieh durch. Komm, komm. Weiter durchziehen. Ja, ich zieh durch, zieh durch. Warum noch drei Sekunden? Ja. Hier ist ein Medikett. Hier ist ein Medikett. Hier ist ein Medikett. In dir hast du das Medikett. Nee, 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 kann ich grad nicht. Wir müssen diese Typen jetzt erstmal killen. Hinter uns. Irgendwo auf den Boden kommt einer. Ich hab ihn gedowned. Mit mir selber. Du musst... Bau mich ein, bau mich schnell ein, zieh mich hoch. Felix, also du sollst mich einbauen, nicht dich. Okay, gut. Digga, ich hab mich grad in den Tod gestürzt, damit dieser B**** da stirbt, Alter. Das hättest du sehen müssen. Darf ich mir seine blaue AR nehmen? Ja, ne? Ja, mach das, klar. Du hast dir die Skar genommen, ne? Ja, klar. Ich hab ja auch gedowned. Du hast ihn gedowned. Felix, ich... Den nicht davor. Felix, also... Also ich... Also... Felix, ich... Felix, du hast drei Kills. Ich bin stolz auf dich. Ich hab auch noch eins für dich. Hast du Raketenmunition? Ja, ich hab auch AR-Monie. Also wenn du AR-Monie brauchst. Geh mal her, Schätzelein. Zone kommt nämlich, beeil dich. Wir schaffen es beide an verschiedenen Stellen noch gerade so in die Zone. Sehr gut. Gut. Okay, wir müssen weit laufen. Ist ziemlich weit? Ja. Das geht. Oben läuft einer überm Wasserfall. N-O. Hast du noch Raketenmunition für mich? Dreimal gesessen. Ist der on? Sehr gut. Noch unbedingt Munition von ihm und sowas. Raketenmunition, Pipapo, all das. Und dir? Darf ich mir die Schildies nehmen? Ja, ja. Er hat vier Schildies, genau, Brudy. Sau Risky hier, alles nur zu machen. Hier ist ein Automat. Guck mal. Ist da irgendwas Gutes drin? Rechts von uns? Ja. Würde ich aber jetzt auch nicht drauf schießen. Ist doch ein Ass von Automaten. Auch wichtig. Die Missionen. Abschossen. Komm unter die Hügelkante. Ist der alleine? Ähm, ich weiß es nicht. Lass ihn. Lass ihn. Komm, 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 komm. Bruder, bist du hinter mir? Ja. Vor uns, links wird auch geschossen. Ja, oh mein Gott. Felix, der ist direkt bei dir, ne? Ja. Ich hab einen gehittet von den beiden. Der ist auf Heimfeld. Alles gut. Einmal, einmal get it. Weiß nicht. Er pusht mich, er pusht mich. Ich hab sein Mate gelockt. Jawoll, Alter. Nice one. Sehr gut, sehr gut. Okay, Zone kommt. Nicht schlepprig werden. Schlapp mich, Alter. Was für ein Wort. Ich brauch die Raketenmonition. Egal, egal. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Komm. Wir können den anderen nicht mehr looten von den beiden. Das ist schade. Das ist leider so. Lass uns einfach in die Zone rein pushen, Bro. Ja, und dann droff die Raketen. Ich hätte den anderen gerne gelootet. But, this bitch is laying in the zone. And it's way too dangerous for me, huh? Ja, aber die haben wir nice gekillt. Nice, nice. Haben wir instant direkt den anderen beide gehittet. Ja, das war richtig, richtig gut. Der eine hat direkt einen Hedger von mir bekommen. Das war ganz nice. Okay, Felix, pass auf. Lass mich hier vorne rechts oben auf den Berg hier. Guck mal. Weil diese Base da vorne, da wurde nämlich gerade geschossen. Ich kann mir ganz gut denken, dass da noch jemand drin hängt bezüglich Ich heil mich hoch. Ich camp hier gerade noch mal ein bisschen. Setz das aus. Hier links von uns ist auf jeden Fall eventuell noch jemand. Auf jeden Fall eventuell toller Call, oder? Ja, ja. Ich bin immer sehr zuversichtlich. Ich brauche die Raketenmunition langsam mal. Ja, hier. Ich droppe dir. Ich hab jetzt 28. Mega nice. Boah, Digga. Geil. Bitteschön. Ist dann schon jeder tot? Ich lebe noch 13. Der Rest von uns liegt auch eine Menge Loot, Digi. Guck mal. Sieht doch alles ganz gut aus bisher. Aber wenn wir verkacken, liegt es an den Waffen, okay? Ja, das stimmt. Okay, machen wir es uns. Sagen wir so, Bruder. Wir müssen den Zuschauern einfach einreden, dass es an den Waffen liegt. Ja, es liegt an den Waffen. Wie viel Holz hast du denn? 500. Okay. Möchtest du mir das abgeben? Ja, bitte. Du hast 250 gegeben. Brauchst du noch was anderes, Stein oder sowas? Nee, ich hab alles. Alles genug. Ich hasse es, wenn es endet in Wailing Woods einfach, Digga. Oh, yes. Wollen wir den Base bauen? Ich würde fast schon sagen, ja. Ich würde jetzt hier einfach mal anfangen, Digga. Hey, unten kommt Loot Drop und Launch. Ja, willst du holen? Ja, oder? Wenn du möchtest, mir ist egal. Wir werden schon beschossen. Ja, irgendwie. Kann der Granaten und so weiter. Na ja. Na ja. Alter, ein Waffen hat alles. Was? Von hinten? Oh. 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 Einen kill. Einen Gottverdammten kill. Wo ist er runtergegangen, Alter? Wo ist er runtergegangen? Wahrscheinlich ist er... Hier oben ist er da runtergegangen, hat bis zum... Guck mal, er baut sich nicht mal ein. Das war einfach nur Glück, dass er mich getroffen hat. Das war einfach... Guck ihn dir an! Guck dir an, wie schade du bist, Junge. Du bist eine Schande für dieses Spiel. Leicht das Game. Gefinished gehörst du auf Lebenszeit, Alter. Gewandt dafür, dass du so unglaublich schlecht bist, Digga. Sechs Kills. Ich bin so unzufrieden mit diesem Scheißspiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, mir reicht's jetzt auch. Ich hab echt keine Lust mehr. Ich kann es nicht mehr, Felix. Es mag an dir liegen. Aber ich fand die letzte Runde hat Spaß gemacht. Es mag eine Waffe liegen. Ich bin auf jeden Fall komplett am Ende. Das war's für diese wunderschöne Runde von Fortnite mit denen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war ein Dilemma. Ein Dilemma. Mach's gut. Ciao, ciao. Schatz Frage. Schatz. 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 Schatz Des techniques zu verbinden.